Am Kreuzbrunnen. Ich hoffe, es gibt ein bisschen Wasser, aber Maya ist schon dort, also gibt es Wasser. Wunderschön hier. Oh, Mädeli, wir haben hier feines Wasser. Am Kreuzbrunnen ist das Coole. Maya, und du bist Baden, hey. Hey, kein Trinkwasser. Na ja, den müssen sie ja schreiben. Hey, ist das schön. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist da ein Bächli? Hey. Der Kreuzbrunnen. Morgen. Morgenwäsche. Grüße. Geh, Maya. Grüße.